So, wir kommen jetzt zur fünften Sequenz unserer Drachenform Long Tran. Wir machen nur eine ganz kurze Sequenz daraus, weil die von den Bewegungen ein bisschen anspruchsvoller ist als die Sektionen davor. Sektion 2 Sektion 3 Sektion 4 Sektion 5 Die erste Bewegung Mabu. Drei Atemzüge. Ein, aus. Ein, aus. Ein und pushen. Zweite Bewegung. Drehen und noch mal pushen. Hinkommen. Zurückziehen. Tanzenstand. Öffnen. Armer Faust. Eins. Armer Faust. Zwei. Zurückziehen. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Zwei. Drei. Zwei. Drei. Zwei. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020